Hi, ich wollte euch heute die Info geben, dass ich meinen FastAPI-Kurs nochmal um eine komplette Sektion, also knapp 30 Minuten extra Content erweitert habe, und zwar mit dem Thema Deployment. Du lernst in dieser Sektion, wie du eine FastAPI-Applikation auf deiner eigenen Website deployen kannst, mit HTTPS-Verschlüsselung und deiner eigenen Domain. Dafür gibt es in dem Kurs eine neue Sektion mit insgesamt 8 neuen Videos. Zunächst einmal eine kleine Einleitung, was man alles braucht, damit das Ganze auf der eigenen Website überhaupt laufen kann. Dann gucken wir uns an, wie man eine eigene Domain kauft, danach wie man einen Webserver mietet bei einem Anbieter wie DigitalOcean, danach wie man einen SSH-Key mit einem Tool namens Puttygen erstellt und wie man sich dann mit der Domain und dem virtuellen Server verbindet. Danach loggen wir uns dann mit Putty auf den virtuellen Server ein und danach installieren wir die notwendigen Pakete. Dafür gibt es auch eine recht ausführliche Anleitung im PDF-Format, dass du das eben 1 zu 1 so nachmachen kannst. Danach kommt eine Sektion, wo wir uns den neuen Code im Detail angucken werden, weil das Ganze auf dem 4 neuen Capstone-Projekt eben zur Twitter-API erklärt wird und diese wird eben um einen gewissen Code erweitert. Danach starten wir die Services und ich zeige dir ganz am Ende noch, wie du optional deine Files auch via FTP-Client auf den virtuellen Server hochladen kannst. Wenn du also schon immer an FastAPI interessiert warst, ist vielleicht jetzt der optimale Zeitpunkt, um bei meinem Kurs zuzuschlagen. Die nächsten 4 Tage biete ich das Ganze für 9,99 auf Yurimi an. Also würde mich freuen, wenn du dich anschreibst. Ansonsten sehen wir uns bei den normalen Videos. Bis bald. Ciao.